Hallo du liebe Seele und herzlichst Willkommen zu deinem Supervollmond-Orakel. Ja, wir haben am 1. August einen Supervollmond im Wassermann. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Woche sein wird, wie die Energien mit uns wirken werden. Wir haben auch über den gesamten August verteilt, immer schön Portaltage, um an unseren inneren Themen weiterzuarbeiten, wenn du es möchtest. Und das ist ein großes Geschenk, was uns gegeben werden möchte, wenn wir bereit sind, es anzunehmen, uns transformieren zu lassen, von den Energien, die das Kollektiv bewegen, über das Kollektiv dann auch das Individuum bewegt wird, um somit uns alle in eine neue Zeit hinbewegen zu dürfen. Und so habe ich hier bereits schon das Orakel für dich ausgelegt. Und ich würde vorschlagen, lass uns schauen, was sind die Themen, die uns hier zu diesem Vollmond hinbewegen werden. Der Nebel, verschleiert. Meine Liebe, mein Lieber, noch ist nicht die Zeit, den Nebel zu lichten. Es gibt noch viele Mysterien, die von dir in der Zukunft enthüllt werden wollen. Und du tust gut daran, dich in der Geduld zu üben. Das heißt, du hast im Moment noch nicht den vollen Durchblick, was die Zukunft, was deine Zukunft anbelangt. Und das ist auch okay so, weil vieles, was dich in der Zukunft erwarten wird, könnte dir eine Ahnung, eine Vorahnung geben, aber es entspräche mit deinem heutigen Bewusstsein verbunden, vermutlich noch nicht, dem höchsten deiner Potenziale. Das heißt, es gibt Aspekte in dir, die in Bereichen denken, die kleiner sind, als wie du es aus der Zukunft heraus von dir selbst über dich und dein Leben dir vorstellen und erträumen könntest. Und deswegen ist der Nebel da, er hüllt dich ein, er umwölkt dein Gemüt, um die Verwirrungen, die aus seiner Vergangenheit kommen, tiefgreifend, vollständig und nachhaltig lösen und klären zu können. Du bist in einer Reifungsphase und diese Reifungsphase braucht Zeit und der Nebel wird sich lichten. Es lohnt sich also nicht, mit irgendwelchen Methoden in die Zukunft zu schauen, weil das, was für dich bestimmt ist, ohnehin zu dir kommen wird. Also Geduld und mit dieser Geduld einhergehend eine sehr tiefe Verbindung mit dir selbst und deinem Inneren aufzunehmen, im Sinne dessen, dass die jetzige Situation akzeptiert werden soll, so wie sie ist, dass du die Dinge, die in deinem Inneren noch ungeklärt und unaufgeräumt sind, richtig klärst, richtig aufräumst, richtig entgiftest, um danach im Äußeren an der strahlenden Sonne zu stehen. Du kannst warten, doch warten wird hier keine Verbesserung in die Sachlage bringen. Es ist einzig und alleine deine innere Klärung und Aufräumaktion von ungeordneten Lebensthemen, die von dir angegangen werden wollen und dazu braucht es den Effort, die Arbeit an dir, aus Liebe zu dir, aus Interesse an deiner persönlichen Entwicklung, um den Berggipfel erklimmen zu können und die neue Morgenröte, den Glanz des Sonnenscheins in aller Deutlichkeit, Wahrheit, Wärme und Schönheit sehen zu können. Wow, das ist ja Wahnsinn. Krass. Schauen wir mal weiter in deinen Gedanken. Vater des Wassers, König der Kelche. Für dich geht es darum, deine sehr tiefen Gefühle zu klären. Den Flow deiner Gefühle zu spüren, die Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern sie frei fließen zu lassen. Erlaube es dir, dass deine Gefühle heilen dürfen und komm in Einklang mit den mystischen Kräften des Universums, deiner Seele und deiner Herzensstimme. Du hast den Menschen viel zu geben. Ein offenes, warmes, mitfühlendes Herz, ein gutes Zuhören und wohlwollendes Annehmen der Bedürfnisse der anderen. Und so ist es auch wichtig, dich selbst gut zu nähren, dich mit dem zu versorgen, was du brauchst, um in diesen Einklang und Gleichklang mit den kosmischen Tönen und deinem ganz eigenen inneren Herzenston und deiner inneren Stimme in Verbindung zu kommen. Wenn du Mann bist, dann geht es für dich darum, dich deinen Gefühlen gegenüber vollständig zu öffnen, dich ihnen hinzugeben, wie dich einem Fluss zu übergeben, um den Flow des Lebens anzunehmen. Kämpfe nicht gegen das Leben. Schwimme nicht gegen den Strom. Sondern lass dich mitreißen von den fließenden Gewässern deines Lebens. Wenn du Frau bist, dann geht es darum, für dich fühlen und denken in Einklang zu bringen, dich nicht nur überrumpeln zu lassen von deinen Gefühlen oder zu starr oder zu stoisch, nur mit den Gedanken zu handeln und die Gefühle zu unterdrücken. Beides soll in Harmonie kommen, fühlen und denken und deine eigene Magie, deine Heilkraft, deine Anbindung an das Allganze und zum Universum im tiefen Vertrauen gegenüber dem, was dir gegeben werden will, als ein Wesen, welches sich im Allganzen wiedererkennt, wenn es den Sternenhimmel anschaut. Dieses Bewusstsein soll in dir verankert werden. Und wenn es dir jetzt bei beiden Geschlechtern noch nicht gelingt, so schnell jetzt mit diesem Supervollmond das in Schwung zu bringen, so gibt es keine Eile. Es ist eine zeitlose Energie. Die Information ist aber jetzt bereits schon da, um diese Themen in Harmonisierung und in Schwung zu bringen. Lass uns weiterschauen, was denn in deinen Gefühlen sich hier zeigen möchte. Oh mein Gott, Mutter des Wassers. Schau, das ist die Frau vom Vater des Wassers. Das sind so schöne Karten. Was ich wahrnehme ist, dass du in den tiefsten Ebenen deines Seins darauf vorbereitet wirst, Wenn du deine Lernaufgaben löst, mit Menschen in Berührung zu kommen, die dich wirklich so lieben, wie du bist. Es soll in dir eine sehr tiefe Heilung deiner Vater-Mutter-Themen geschehen, damit du dir der Liebe deiner Mutter und dem Schutz deines Vaters gewiss sein kannst. Die Mutter des Wassers ist da. Sie hütet die Gewässer. Sie ist verbunden und eins mit den Fischen, mit den Seehunden und tief angebunden mit ihrer Intuition spürt sie das Übersinnliche, das Feinstoffliche. Und diese Harmonisierung der männlichen und weiblichen Energien in dir hat eine sehr große Bedeutung, um den Nebel in deinem Leben, das Nichtwissen, wie es in deinem Leben weitergeht, lichten zu können. Auch steht es für dich an, in eine Harmonisierung und Heilung deiner familiärer Strukturen zu kommen, um die bedingungslose Liebe der Eltern, der Geschwister und der Interaktion innerhalb der Familie aus Liebe genährt, dir zugänglich zu machen. Wärme, Liebe, Güte, Heilkraft und eine sehr tiefe Anbindung an die Mysterien des Lebens. Tiefe Ruhe, tiefe Entspannung und unglaublich tiefer Trost, der hier zu dir strömen will. In deinem Herzen, wenn du Frau bist, geht es darum, deine Gefühle wirklich zu heilen, sie zu harmonisieren und all das, was in Disbalance geraten ist, in die Harmonie zu bringen. Und wenn du Mann bist, geht es darum, dich diesen Gefühlen der Weiblichkeit vollkommen hinzugeben, dich von ihrer Energie, von ihrer Liebe, von ihrem Wissen, dich davonzutragen lassen und in eine neue Welt, in die anders Welt geführt zu werden. An einen Ort, der da heißt Heilung, an einen Ort, der da heißt Obhut und im Rahmen dieser Obhut aus den kosmischen Quellen die tiefe Liebe der Weiblichkeit zu empfangen. Wow! Und im äußeren Leben siebender Luft Vergeblichkeit Mit Vergeblichkeit in deinem äußeren Leben ist gemeint, dass du dein Leben ändern sollst. Diese trockenen Pfade, auf denen du unterwegs bist oder warst, sind nicht mehr die Wahrheit. Sie waren einst deine Wahrheit, doch diese Wahrheit hat sich verändert. Aus diesem Grund ist auch der Nebel zu dir gekommen, hat dich eingehüllt, hat dich verwirrt, um deinen inneren Kurs zu verändern und zu sehen und zu erkennen, dass einzig und allein diese mystischen Kräfte vom Vater des Wassers, von Mutter des Wassers dich heilen kann, dich auf die rechte Spur bringen kann, um nicht mehr diese schweren Pfade, diese ausgetretenen, trockenen und dürren Pfade in deinem Leben fortzusetzen. Du sollst aufwachen. Du sollst aufwachen. Für dich ist eine Einweihung in die mystischen und behütenden Kräfte des Universums bestimmt. Du sollst auch die Kontrolle loslassen und dich hingeben an die Führung, an die göttlichen Kräfte, die auch in dir sind, die tief verborgen sind und diese wieder reaktivieren. Der äußere Weg auf den bestehenden Pfaden, wo Dürre herrscht, weiter zu wandern, ist beschwerlich und schwer, wenn du es nicht schaffst, in diese heilsamen und heilenden Quellen von Vater des Wassers und Mutter des Wassers einzutreten. Sie haben dir viele Geheimnisse zu erzählen über dich und dein Leben, über die Neuausrichtung in deinem Leben und über die Neuen, noch geheimnisvollen Lebenspfade. Dein Herz soll heilen, dein Herz soll sich öffnen und du sollst dich daran erinnern, wer du einst warst. Besinne dich auf dich und erkenne, wer du bist wofür du hier auf die Erde gekommen bist, um deine wahre Mission anzunehmen. Wow, was für ein Orakel. Was für ein Orakel. Wir schauen unter das Kartendeck. Schau mal, hier kommt der Wahl. Das passt für mich vorzüglich mit dem Thema hier der Vergeblichkeit. Und der Wahl ist ja auch ein Wassertier. Er gehört hier in das Reich von Vater und Mutter des Wassers und er kommt, um dich zu unterbrechen, damit du aufhörst, deine Kräfte zu vorausgaben in Themenfeldern, in Berufsgattungen, in Beziehungen, die vergebens sind. Ich weiß, es ist schmerzlichst und es tut weh, sich das selber einzugestehen, aber die Einsicht kommt, oftmals spät, doch das hier ist ein verlorener Kampf und es lohnt sich nicht mehr hier, sich abzumühen, wenn du es nicht schaffst, deinen Lebensplan in höchste Übereinstimmung zu bringen mit dem, was deine Seele mit dir vorhat. Es steht eine große Kurskorrektur für dich an und du sollst erwachen. Steinwesen, Wachsamkeit, ja, das sagt mir auch, dass die geistige Welt über dich wacht, dass sie deine Prozesse und deine Schritte beobachtet und das es so ein bisschen zwölf Uhr geschlagen hat, zwölf Uhr mit drei Ausrufezeichen hinten dran, damit du hier aufwachst, aufwachst, aufwachen, um den Kurs in die richtige Richtung deines Lebens wieder nehmen zu können, ohne mit dem Kopf die Dinge zu kontrollieren oder zu manipulieren oder eine klare Ansage jetzt zu bekommen. Es ist einzig und alleine das Gefühl, die Intuition oder nennen wir es auch von mir aus das Bauchgefühl, was dich auf die richtigen Pfade in deinem Leben führen wird und du sollst darauf vertrauen, dass dir das Beste gegeben wird, ein wenig ähnlich wie im Lammas-Orakel, damit du dein Ziel, deine Morgenröte erreichen kannst und die alten Pfade sind ausgetrampelt, sie sind nichts als nur beschwerlich und schwer und die Zukunft ist bewusst für dich noch nicht sichtbar, weil es auch ein Geheimnis sein soll, weil für dich noch Heilungsarbeit bereitsteht, in deinem Inneren richtig Ordnung zu machen, dich zu besinnen auf die Person und damit einhergehend durchflutet von den Kräften deiner Seele, um deine wahren Lebensaufgaben und Lebensmissionen anzunehmen und nicht das umzusetzen, was du vom Ego bzw. von deinem Verstandesdenken her geglaubt hast, was wahr wäre in deinem Leben. Da ist ein Ende erreicht und es möchte für dich auf neuen Ebenen mit neuen Themen mit neuen Menschen in einer heilsamen liebevollen Atmosphäre weitergehen. Was ist hier? Ja, schau, vier der Luft Besinnung. Du sollst dich wirklich auf dich besinnen, in Ruhe kommen, reflektieren, nicht im Sinne von ich zermartere mir den Kopf analytischer Art, sondern eine Reflexion, die eine sehr tiefe Inneschau in sich trägt, wo du über dich und über dein Leben nachdenken und sinnieren darfst, wer du bist, was du in deinem Leben bereits erreicht hast, wohin deine Reise zukünftig gehen möchte, welche Sehnsüchte und Wünsche du in deinem Inneren trägst und was für dich in der Zukunft noch sinnvoll, sinnhaft und schön ist. Erkenne somit auch deinen Lebenssinn. Ja, weil du bist schon einen weiten Weg gegangen und der war sehr anspruchsvoll, hat viel Energie gekostet, viel Ausdauer und du kommst hier nun auf die Hypothek der Vergeblichkeit und das ist nichts anderes als ein aufreibender Kampf, der auch Verletzungen mit sich bringt, verbunden mit vielen inneren Konflikten, mit Stress und mit geknebelt werden am Märtyrer Fall. Du magst dich erinnern, der Märtyrer lag im Orakel der Frau der neuen Zeit, im Orakel vom Mann der neuen Zeit, sowie auch, das ist der Teufel hier, sowie auch im Orakel vom Geheimnis der Hohepriesterin. Und du musst selber sehen und erkennen, wo du dir möglicherweise im Wege stehst, selber im Wege stehst, wo du dich hier selber an den Mörterpfahl angebunden hast, aus moralischen Zwängen, aus falschen Tugenden, aus gesellschaftlichen Prägungen, die für dich nichts anderes als eine große Bürde jetzt darstellen in deinem Leben und dich trotzdem nicht ins Glück geführt haben. Der Vater der Luft ist an deiner Seite. Er inspiriert dich und er kommt hier mit Spirit Guide zu dir, ja, schau mal hier, schön eingebunden, auch mit dem Vater des Feuers, um bei dir ein großes Erwachen zu initiieren, was deine Zukunft anbelangt, was deine zukünftige Lebensführung anbelangt und wie du dich in deinem Leben zukünftig positionieren willst. Okay? Das ist ein großer, großer Umdenkprozess, der jetzt durch diesen Vollmond initiiert wird und ähnlich wie Lammas, was ja eben auch auf den ersten achten fällt, von dort aus im Inneren sehr tiefgreifende, wenn auch nur kleine, aber trotzdem starke Veränderungen in dir initiieren will, um dich zu befreien von den Altlasten und von falschen Tugenden, von falschen Moralvorstellungen, Denkweisen und tradierten Programmen, die für dich nichts als nur schwer und hinderlich geworden sind auf deinem Weg. Und deswegen kommt auch der Wahl und sagt Unterbrechung, please, bitte einmal unterbrechen, um diese Wege zu verlassen. Okay? Wir schauen, was die Naturwesen dir zu sagen haben. Schau, wie schön, das liebende Mütterchen, das ist süß. Oh, liebendes Mütterchen. Allwissende, herzensgütige Weisheit. Verliere jetzt dann bald meine Stimme mit diesem Orakel. Alles ist bereits in dir, du weißt es schon, vertraue mir, verströme deine Liebe, verschenke und teile, lerne von der Natur, habe keine Eile. Das Leben ist Fülle, verströmt sich im Glück, dein Weg weist nach vorn und nicht zurück. Ja, ich weiß, es ist anspruchsvoll und schwierig, jeder muss diesen Pfad alleine gehen, doch das lebende Mütterchen ist da, als diese gütige Seele Seele an deiner Seite aufgeladen von Weisheit, von einer stillen Akzeptanz, von einer Gemütlichkeit und auch von einer sanften Unterstützung, welche dich hier anstupst, ja, ganz sanft anstupst, schau sie einfach dich auf die einfachen und dennoch wichtigen liebevollen Themen im Leben zurückzubringen. Und du sollst erkennen, wie weit entfernt du bist von diesen liebevollen, kleinen Gesten im Alltag und wo du eben schon bereits auf diesen harten, schmerzhaften Pfaden der inneren Kälte und Dürre unterwegs bist. Du wirst durchströmt von bedingungsloser Liebe. Und ich rieche nun auch so einen Rosenduft. Und das soll dir ein Weg weiser sein in deinem Leben, wenn du der Rose folgst, dem Rosenduft folgst, dass du die Pfade der Dürre, der Vergeblichkeit verlassen wirst. Und ich bekomme jetzt ein ganz warmes Herz und du wirst spüren und lernen, dass dabei dein Herz aufgehen wird, dass du dich nicht selber kasteien musst, wie der Märtyrer am Marterpfahl, sondern dass du es in jederlei Hinsicht verdient hast, dass es dir gut gehen darf, dass man mit dir liebevoll und sorgfältig umgeht und dass die Liebe und die Wärme jeweils stets an deiner Seite sind. Wow! Ja, und dass man gütig und großzügig mit dir umgehen wird, sofern auch du bereit bist, dich zu öffnen, dein Herz zu öffnen und deiner wahren inneren Natur zu begegnen im Zuge dieser Umstimmung und auch Umlenkung. Besinne dich auf das, wer du im tiefsten Herzen wirklich bist. Oh, so schön! Deva des Ortes sehr schön! Klarfließende Lichtfeld Aktivierung Die Deva des Ortes möchte dir etwas sagen. Du kannst jetzt und hier ein Experiment wagen. Höre ihr zu, spüre in das Lichtfeld hinein, bis es leuchtet, funkelnd und rein. Ja, die Deva des Ortes ist der sogenannte Geist eines Ortes und so rufe ich den Deva oder die Deva des Ortes auch deines Ortes stellvertretend hier für dieses Reading und was haben die Devas denn hier mitzuteilen? Es möchte sehr viel Wärme zu dir kommen und du sollst deinen Fokus nicht auf das Unwesentliche in deinem Leben richten, sondern auf das Wesentliche, auf das Licht, auf die Schönheit, auf die Wärme der Sonne, auf das Grün der Blätter, auf die vielen liebevollen kleinen Bienen und Hummeln, auf die Schmetterlinge, auf den Garten, der jetzt im August in seiner vollen Pracht erblüht und dich auch verbinden, wenn du Zeit hast, wenn du in Achtsamkeit in der Natur bist oder durch die Natur wanderst oder einfach einen kleinen Moment dich mit der Natur verbinden kannst, dass die Pflanzengeister und Naturwesen da sind, dass sie die Prozesse in der Natur behüten und begleiten, genauso wie die Geistführer dich behüten und begleiten. Und die Deva des Ortes sagt dir, du sollst in eine tiefere Besinnung kommen in Bezug auf dein Herz und dass dein Herz auch für die Natur schlägt, dass du von der Natur noch sehr viel lernen kannst und dass es an der Zeit ist, dich auch in ihre Obhut zu begeben, Heilung durch die Natur zu empfangen und auch ein wenig bescheiden bzw. demütig zu werden gegenüber dem, was die Erde dir zu geben hat, denn sie ist reich, sie ist voller Fülle, doch du in deinem Alltag mit deinem Alltagstrott oder mit deinem Alltagsbewusstsein um Arbeit und Leistung und sonst unzufrieden zu sein in deinem Leben siehst die Güte der Natur nicht, dabei könnte sie dich heilen, die Heilung wäre so nahe, doch du müsstest einen Moment des tiefen Einlassens und Einwirkens und des Verschmelzens finden mit der Natur und auf die Mysterien der Natur achten gehe auf einen Spaziergang lade die guten Geister ein sie sind bereit zu dir zu sprechen wenn auch du mit einem offenen Herzen dabei bist öffne dein Herz öffne dein Kinderherz damit du in unschuldiger Haltung in Offenheit eines unschuldigen Kindes die Botschaften der Natur und der Naturwesen empfangen darfst und man wird dir das geben was dir zusteht für dich ist immer gesorgt wenn auch du bereit bist dich in dieser Demut zu ergeben für die Fülle des Kosmos für die Fülle der Erde Make a meal ach das ist schön ja vielleicht kochst du dir etwas Schönes und ich sehe auch wenn du dir etwas Schönes kochen möchtest ja und das wäre es wirklich wert es würde dir so viel Wertschätzung Selbstwertschätzung Achtsamkeit und eine sehr hohe Energie und ein schönes Bewusstsein um die Kostbarkeit deines Lebens in deinen Alltag bringen wenn du dir eine Mahlzeit zubereitest am liebsten mit frischen Zutaten am liebsten mit Zutaten die du selber geerntet hast sofern du die Möglichkeit hast und wenn nicht dass du sie frisch einkaufst so frisch wie möglich mit so kurzen Lieferwegen wie möglich damit du die Ursprungsenergie der Zutaten spüren kannst und koche diese Mahlzeit mit viel Liebe mit Liebe zu dir und für deine Nahrung für deine Ernährung und erkenne darin diese große Wertschätzung und die Dankbarkeit für dich und für dein Leben für dein Menschsein und dass du in diese Sinnlichkeit des Verkostens und des Essens kommen darfst und vielleicht hast du ja das Privileg und diese Möglichkeit mit jemand anderem zusammen zu speisen jetzt habe ich gerade wie so Blitzeinschläge ja jemanden den du liebst jemanden den du magst den du einladen kannst und für den du kochen kannst und dass das ein großes Geschenk von dir an diese andere Seele ist um in diesen Einklang und ich spüre so viel Liebe mein Bauch wird ganz warm in diese tiefe Liebe und in diese tiefe Romantik eintreten zu können und dass das ein großes Geschenk ist also wow das ist richtig so ein totales Wohlgefühl was so durch meinen Magen und Bauch und Herz geht und da ist einfach so viel Liebe auch da schau denn es geht für dich darum auf der Unterseite des Kartendecks haben wir Family es geht darum in diese Innigkeit zu kommen mit wem auch immer am meisten vor allem auch mit dir und deswegen ist auch der Vater des Wassers und die Mutter des Wassers da welche dich liebevoll umarmen und wenn du in diesen Prozessen ein wenig weiter bist dich auf dich besinnt hast ja auch wenn du jetzt nicht nächste Woche kochst aber vielleicht kochst du ja über nächste Woche oder in einem Monat oder in paar Monaten oder in einigen Jahren für dich so hingebungsvoll mit so viel Liebe für dich oder dann für jemand anderes auch noch für einen lieben Freund für eine liebe Freundin oder was auch immer dann wirst du diese Liebe und diese Innigkeit spüren du wirst spüren wie viel Geborgenheit da ist und das ist eine Geborgenheit die in deinem Leben immer gefehlt hat welche dir deine Mutter und dein Vater oder deine Ursprungsfamilie in dieser Tiefe nicht geben konnte und dieses Wohlgefühl dieses warme wohlige genährt sein möchte sich in dir zutiefst einstellen und auch das Zelebrieren des Essens das Zelebrieren des Kochens vielleicht auch das gemeinsame Ernten der Früchte und Gemüse oder das gemeinsame Einkaufen alles mit sehr viel Langsamkeit und Beständigkeit um wirklich in diesen totalen Müßiggang der Dankbarkeit und der hohen Liebe zu kommen und du wirst abgelenkt werden somit von der Vergeblichkeit deiner Vergangenheit von der Vergeblichkeit deines jetzigen Lebens und es wird eine hohe Energie Einzug halten in deinem Leben welche dich ablösen lässt von den Verwirrungen und von den Umwölkungen hier deines Geistes das alles wartet auf dich und es hat auch mit einer sehr tiefen Heilung deiner Vergangenheit und deiner Vergangenheitsthemen zu tun und trinke genügend Wasser Meditation ist auch sehr wichtig okay gut dann schließen wir hier ab ich würfle noch kurz ja wir haben hier den Merkur Merkur dann haben wir hier die Zwillinge und hier haben wir das dritte Haus lustig das sind ja alles Energien die zum Zwilling gehören das dritte Haus und auch Merkur es geht um Kommunikation es geht um Kommunikation mit Freunden mit Gleichgesinnten die du kennst oder noch kennenlernen wirst über soziale Gruppen über Freunde von mir aus auch oder aber auch über Social Media oder über Networking und wo es für dich auch darum geht in leichtere und bekömmlichere Energien reinzukommen und wo du auch einfach dich sein kannst wo du dich so ausdrücken und auch mitteilen kannst wie du bist ohne dich irgendwie verstellen zu müssen oder anders zu sein sondern einfach so wie du bist und dass du akzeptiert wirst in dem wer du bist und wie du bist und dass hier auch ein Neuanfang für dich kommen kann was Freundschaften anbelangt was Partnerschaftlichkeit auch anbelangt aber auch was die soziale Kommunikation sowie auch die soziale Interaktion anbelangt ja das ist das was ich dir hier sagen kann gibt es sonst noch etwas nein du sollst wirklich einfach vertrauen und lass dich nicht verängstigen weil du die Zukunft noch nicht klar siehst oder weil du das Gefühl hast es ist alles so nebulös und ich weiß nicht wo ich bin ich weiß nicht wer ich kann ich weiß nicht was ich bin ja lass dich nicht verunsichern weil du bist in einer Veränderungszeit du wirst und wurdest weiterhin unterbrochen um eben die Vergeblichkeit in den alten Schauplätzen deines Lebens wirklich loszulassen um diesen großen Change Prozess und zwar hin zu dir hin zu deinem wahren Wesen wirklich angehen zu können um dann eben auch in einem nächsten Schritt in einen höheren Einklang zu kommen zum großen Ganzen und somit auch zu deinen Mitmenschen in diesem Sinne wünsche ich dir alles alles Liebe und viel Offenheit und Vertrauen und guten Appetit hier bei deinem Essen mach's gut und bis bald Ciao Ciao